Wir haben ein paar Babysachen eingekauft und ihr habt euch gewünscht, dass wir euch die mal zeigen. Nein, wir wissen das Geschlecht noch nicht, aber Kleidung ist für alle da. Einmal dieses süße Set finden wir ultra toll. Dann haben wir uns noch das hier geholt. Wie findet ihr das? Und auch was mit Streifen.